So Leute, ja jetzt, sei ruhig. Willkommen zurück zu Zombie. Und wir sollen jetzt zum Buckingham Palace. Haben wir, Moment, können wir irgendwie nochmal auf die Karte gucken? Ach ne, das war, ah doch, hier haben wir Missionen. Nimm die Passiermarke. Okay. Ich geh erstmal hier jetzt lang. Aber natürlich mit unserem Cricket-Schläger. Weil ich keinen Bock habe, hier mit den Schussgeräuschen die ganzen Zombies anzulocken. Das finde ich nicht so geil. Ah genau, ich wollte doch sagen, da haben wir noch einen Raum, wo wir rein können. Und wir haben hier den Hammer. Oh, falsche Taste. So, eher draufprellen wie so ein Verrückter. Sehr schön. Wo ist eigentlich der, der nette Herr, der hier hing? So, aufheben, Inventar ist voll, okay. Gut. Was haben wir jetzt eigentlich in unserer tollen, ähm, in unserem tollen Rucksack drinne? Fähigkeiten, Handwaffen haben wir. Okay. Noch zwei Infizierte damit töten, dann sind wir aufgestiegen. Okay, was bringt dieses, was bringt dieses Aufsteigen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh, Notizbuch, das, das, hier, Vorräte. Äh, Molotow-Cocktail haben wir ja genau. Zweimal was zu futtern. Dann hier ein bisschen. Drei Schuss so und 13 da drinne. Und noch eine Menge, also was heißt eine Menge, aber zwei Leuchtraketen. Äh, was? Achso, mit C scannt man ja, genau. Ich will mich die ganze Zeit irgendwie ducken mit Steuerung oder sonst was. Moment, T ist. Da scheint irgendwo was zu sein. Moment, warum ist da jetzt das Orange? Was heißt das? Erstmal hier schön alles abscannen. Achso, Orange heißt einfach nur eine Tür, wo wir durch können. Oh. Irgendwo sind eine Menge Zombies. Schauen wir mal hier runter. Ich glaube, da sind schon einige. Hier dürfte jetzt nichts mehr sein, oder? Da hatten wir ja alle ausgerottet. Ich scanne die hier unten, aber jetzt erstmal. Ach du Scheiße. Das sind einige. Vier Stück. Wunderbares Objekt. Ah, okay, das zeigt mir sogar an. So. Doof, dass der da mich nicht sieht, ey. Gut. Zumachen. Gucken, ob wir hier irgendwas drin haben. Das wäre schade. Ich wollte gerade sagen, das wäre cool, wenn wir irgendwas finden. Bestimmt nützlich. Ich schaue mich auch hier oben jetzt erstmal nochmal ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Uiuiui. Da. Das ist ein Gäder. Das ist gut platziert. So. Ich hoffe, hier kommt uns jetzt irgendwie aufheben. Achso, Bretter. Okay. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wo geht es hier hin? Ah, okay. Da gehe ich ganz bestimmt nicht runter. Ich werde mir jetzt erstmal das schöne MG packen und die alle wegballern wie sonst was. Können wir hier drüber? Yo. Gut. Und ich merke gerade, ich habe wieder meinen Timer vergessen. So, dann haben wir jetzt mal gestartet. Benutzen. Und? Moment. Moment, wie weit komme ich damit? Okay. Dann, Geschütz verlassen. Ich scanne die jetzt erstmal nochmal alle. Was sollte das? Dafür wirst du bestraft. Wie viel halten die denn aus? Da ist noch einer. Das war es nur zwei Stück? Ne, oder? Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner hoch. Das waren doch locker mehr als zwei. Kann mir doch keiner erzählen. Als ob das nur zwei Stück gewesen sind. Niemals. Okay. Da ist... Was ist das da? Wie ging die... Ah, genau. Okay, Ratten. Da sind auch noch Ratten. Gut. Dann haben wir soweit erstmal hier ein bisschen aufgeräumt. Ähm... Ja, ich... Ich... Guck mal, ob ich... Ey, da waren doch locker. Mehr als zwei Zombies. Das geht... Wo sind die hin? Oh. Den hat es schön zerfetzt. Gut. Lampe brauche ich jetzt erstmal nicht, glaube ich. Oh, okay. Da, äh... Achso, das waren die Ratten. Immer noch. Ich gucke die ganze Zeit auf die Karte und sehe da diese zwei roten Punkte. Und denke, die ganze Zeit da wären irgendwelche... Ich weiß es nicht. Ne? Die Zombies halt. Keycard benutzen. Ne, ich gehe erstmal dahin, wo wir hin sollen. Normalerweise... Wer... Wer meine Videos ein bisschen geguckt hat, der weiß, dass ich eigentlich immer dahin gehe, wo ich nicht hingehen soll. Aber... Oh. Okay. Aber hier bei dem Spiel ist mir das doch ein bisschen zu... riskant. Hier halt einfach... irgendwo lang zu gehen. Beziehungsweise... Moment, ich will mal schauen, was wir hier haben. Achso, da kommen wir hier durch. Okay. Brauchen wir nicht. Wir müssen... Hier lang. Und ich sehe gerade schon... Es ist bald schon wieder vorbei hier, die Folge. Oh, scheiße. Habe ich da gerade irgendwas gehört? Geht das auf? Kann ich das scannen oder so? Oh. Okay. Es hört sich an wie Menschen. Ich hoffe, die erschießen mich jetzt hier nicht. Alles wäre anders gekommen, hätte man auf John Dee gehört. Aber als er sah, was uns bevorsteht, war Elisabeth bereits tot. Und Jakob I. hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten. Er war so von schwarzer Magie besessen, die ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte, um Hexen und Zauberer zu verbrennen. Die musste sich verstecken. Ach, diese Narren. Okay. Da sind andere Menschen. Sind die böse oder sind die gut? Oder was? Achso, nee, das ist... Achso, das ist so eine Sprecheranlage. Tot. Tot. Hier auch noch. Tot. 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 Mehr. Schade. Keine mehr. Ach, wie dunkel das hier einfach ist. Ah, Moment, da müssen wir lang. Also, ich schaue mich hier erstmal ein bisschen um. Achso, ich wollte gerade sagen, da hängt doch nicht der mit seinem Bein dazwischen. Das wäre ein bisschen, äh... Uh, das würde, glaube ich, wehtun. Hier hat keiner was dabei. Ey, was sind das für arme Schlucker hier? Gibt's da nicht. Komm ich hier irgendwie raus? Kann ich hier irgendwo lang? Oder ist das langweilig? Ach ja, ich kann ja gar nicht springen hier. Äh, ich schaue die ganze Zeit auf meinen Timer und auf die Uhr von der Aufnahme da. Lass mich schon mal durch. Ah, okay, dann nicht. Ah, gut. Dann müssen wir jetzt da durch. Und ich glaube... Beziehungsweise... Oh, Moment, öffnen. Haben wir da irgendwas? Schließen. Müssen wir jetzt erstmal runter. Taschenämpel brauchen wir jetzt nicht mehr. Oh, die verbraucht sich hier auch langsam. Hm. Gut, ich gehe jetzt hier erstmal nochmal runter. Dann schauen wir mal, wie weit wir sind. Von der Zeit her und vom Fortschritt der Mission her. Weil wenn ich jetzt wieder ausmache, dann hat er wieder nicht gespeichert, der Idiot hier. Okay, hier ist... Scheint nicht zu sein, aber ich... Dann geht hier einfach mal so ein Alarm an, wenn er lustig ist. Und dann ist es vorbei. Ich bin vorsichtig. Verlassen, okay. Ich würde sagen, dann werde ich jetzt hier die Folge mal beenden. Und dann in der nächsten Folge gehen wir hier in den Bookingham-Palast. Da, wo die Queen wohnt. Vielleicht treffen wir die ja als Zombie. Das wäre lustig. Naja, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Anschauen. Und hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Ja, dann sage ich mal... Tschüss und bis zur nächsten Folge. Da wir go.